Hi und herzlich willkommen im Podcast von Functional Basics und deiner Bewegung Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast und falls du hier das allererste Mal reinhörst oder reinschaust, fühle dich herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin der Kopf hinter Functional Basics und hier dreht es sich um die Basics, was benötigt ist, um einfach glücklich, gesund alt zu werden. Und heute dreht es sich um das Thema Regeneration. Mit Körperwahrnehmung und den richtigen Skills mehr Erfolg im Training. Und dazu habe ich mir den Regenerationscoach, Physiotherapeuten, sektoralen Heilpraktiker und Dozent für manuelle Therapie und Biomechanik Mike Metz eingelang. Grüß dich Mike. Guten Morgen, hi. Das Thema Regeneration. Aus der Community sind einige Fragen eingetrudelt. Ihr habt immer die Möglichkeit, in meiner Instagram-Story Vorfeldfragen zu stellen. Die bauen wir natürlich dann hier in das Interview ein. Bevor wir zu den Fragen kommen und zu unserem Hauptthema. Mike, wie bist du zu dem ganzen Thema Regeneration, Regenerationscoaching, wie bist du dazu gekommen? Was ist deine Geschichte? Der Background ist wirklich meine eigene Geschichte, mein eigener Leidensweg, den ich schon relativ früh hatte. Mit vielen Verletzungen, mit Knochenbrüchen, dann Knorpelschaden in beiden Knien war so die Hauptdiagnose mit 18ern, wo auf dem MRT-Bild dann auch festgestellt wurde, da ist gar kein Knorpel mehr. Und der Arzt dann quasi gesagt hat, Sportinvalide, wollte mich halt schreiben, krank schreiben, alles Mögliche, in irgendwelche Projekte stecken. Und da gab es dann so ein Warnsignal, auf das ich damals gehört habe, wo ich gedacht habe, das ist nicht so ganz richtig für mich. Ich versuche da meinen eigenen Weg zu gehen und bin halt über klassisch erstmal Physiotherapie rein. Ich habe versucht dann über Bewegung, Bewegung, Movement ist meine Medizin, also finde ich da auch wieder meine Lösung und habe dann das ganze große weite Welt, was Heilung, was alternative Medizin, was unsere westliche Medizin, was sagt die Wissenschaft, welche anderen Wege gibt es vielleicht weltweit irgendwo schon, weil mir damals der Arzt selber auch nicht so körperlich aktiv vorgekommen ist. Deswegen habe ich mir dann auch gedacht, okay, ist das vielleicht nur seine Welt, die er jetzt so gerade kennt und gibt es dann auch noch ein paar andere Sachen. So bin ich in die Welt reingekommen und gehe den Prozess schon seit 15 Jahren. Erst für mich sehr, sehr erfolgreich, dadurch, dass ich jetzt sehr aktiv Sport mache, alle möglichen Sportarten, Movement, Yoga, Kampfsport, Kitesurfen, Apnoe tauchen, Surfen. Ich bin sehr, sehr viel unterwegs, Athletik, Training, Basketball, alles, was ich früher dann nicht mehr so konnte, alles sehr, sehr aktiv gestalte. Also bin ich auf einem guten Weg und habe auch schon auf dem Weg, glaube ich, auch schon vielen helfen können. Genau, habe meine eigene Praxis, Studio gehabt und bin jetzt nach Corona, dann habe ich mich entschieden, den Online-Weg und den freieren Weg noch mehr zu gehen und bin jetzt gerade so in der Welt unterwegs. Das hat mir im Vorfeld auch schon kurz angesprochen, das Thema Surfen und überhaupt, ich nenne es mal Wellensport, das Thema Regeneration. Wieso ist das Thema Regeneration so wichtig für unsere körperliche Leistungsfähigkeit? Weil das kam auch aus der Community, auch bei meinen Klientinnen und Klienten kommt es immer mehr, ja, Regeneration, naja, könnte besser sein. Wieso ist Regeneration überhaupt so wichtig? Das Problem ist mir tatsächlich wirklich auch sehr, sehr bewusst geworden, weil das bei vielen das Problem ist. Ich sage mal, wir leben in einer Performance-Gesellschaft. Das ist so mein Überblick und es geht auch immer um dieses höher, weiter, schneller, weiter hinaus. Und dafür brauchen wir ein Fundament und dafür brauchen wir unseren Körper und sollten auch in unserem Körper sein, für diese Performance überhaupt abrufen zu können. Und da geht es dann darum, sehen wir den Körper als eher Tool, als Werkzeug, der uns dazu hinbringt oder sind wir wirklich mit dem Körper verbunden? Und ich war im Profifußball tätig, war bei Hoffenheim tätig, habe noch mit anderen Profisportlern so gearbeitet. Und eine Sache bei Verletzungen ist mir häufig aufgefallen, es war auch meine erste diagnostische Frage, wie sehr die Leute mit dem Körper überhaupt verbunden waren, als sie zu dem Zeitpunkt waren. Waren sie überhaupt in diesem Moment, in diesem Moment oder war der Gedanke woanders und der Körper konnte nicht so reagieren und dann ist es zu Verletzungen gekommen, ja. Das ist so dieser Hauptpunkt und der ist, ich sage, zu 95 Prozent so gewesen, ja. Man wollte mit dem Kopf was anderes haben, das kann auch ein normales Krafttraining sein und dann ist man aber nicht im Körper, was gibt überhaupt die Ressourcen, welche Ressourcen habe ich gerade für diese Bewegung auszuführen oder welche Koordination ist überhaupt da und dann kommt es zu Verletzungen. Das kann auch auf Mikroebene gehen, wenn wir jetzt das Thema Nährstoffe angehen, wenn der Muskel nicht richtig versorgt ist oder der Körper in einem Nutrition-Defizit ist, dass dann auch Verletzungen entstehen können. Es geht in verschiedene Richtungen, ich glaube, aber die Basis ist die gleiche. Haben wir die Ressourcen da für das, was wir gerade wollen, wenn nicht, kommt es zu einem Missverhältnis und dann kommt es zu Verletzungen oder wir kommen nicht an unsere Leistungen ran, die wir machen können. Jetzt ohne Verletzungen mal, sondern wir kommen gar nicht an die Sachen ran, weil die Ressourcen nicht stimmen. Und regenerieren bedeutet Ressourcen wieder bereitstellen oder eventuell optimieren sogar, das ist dann das Optimale, Comeback Stronger, ja. Das ist das Wichtige, ja. Jetzt hast du gemeint, da gibt es zum Beispiel das Thema Ernährung, was die Regeneration beeinflusst. Dann bin ich bei meinem Körper, also das Thema Mindset oder Gedanken, bin ich vielleicht gerade irgendwo mit Gedanken ganz woanders und überhaupt gar nicht aufgepasst. Lass uns das vielleicht ein bisschen aufdröseln. Was sind die Dinge, die dir bei den Klientinnen und Klienten immer auffällt, wo sie mehr Potenzial haben in dem Thema Regeneration? Zum Beispiel das Thema Ernährung. Was fällt dir da häufig auf? Was fehlt in dem Fundament dann der Regeneration? Das Thema Ernährung ist jetzt wirklich das breiteste Feld von allem. Ich sage, Ernährung ist wirklich immer genauso vielfältig, wie es überhaupt Nahrungsmittel gibt. Das heißt, bei der Ernährung habe ich mich über die Jahre Erfahrung mehr weg von dem dogmatischen Denken entschieden. Das ist mein Weg, den ich so gegangen bin, der auch dann am Ende wirklich für mich auch sehr, sehr, sehr gut wirkt. Und zwar ist die erste Regel beim Essen, überhaupt sich Zeit zu nehmen und das Essen wertzuschätzen, sollte für jeden absolut die Wahrnehmung haben. Und wenn es dann irgendwann gezwungen wird und die Ernährungspläne so gestaltet werden, dass man sich nur noch so mit das Essen quasi so reinhaut, ist mir aufgefallen, geht irgendwann das Glücklichsein verloren. Man performt dann vielleicht richtig, aber man ist vielleicht nicht glücklich. Deswegen ist Ernährung immer so eine Sache. Ich bin jetzt unterwegs gewesen und habe über Fasten sehr, sehr stark regeneriert. Also ich komme immer mehr auf das Thema Fasten. Es wirkt sehr, sehr, sehr regenerierend. Also Studienlage ist, glaube ich, auch relativ eindeutig mittlerweile, wie überhaupt Wachstumsfaktoren, Wachstumshormone freigesetzt werden beim Fasten. Wann wir anfangen, wann der Körper fängt mit Autophagie an, das heißt Abbauprodukte, die im Körper vielleicht störend wirken, aufgefressen oder zur Energiegewinnung überhaupt genutzt werden, was dann auch präventiv für andere Krankheiten ganz sinnvoll ist. Es ist in jeder Kultur, ich bin jetzt umgereist, es ist in jeder Kultur massiv verankertes Heilfasten. Fasten schon immer weltweit, egal ob es von Inka bis in Arabaren bis Chinesen ist, es ist überall mit drin. Fasten ist ein Grundfaktor für Regenerieren, würde ich sagen, ja. Jetzt hört vielleicht gerade jemand zu und sagt, okay, ich möchte Muskeln aufbauen. Ja, das funktioniert auch mit Fasten. Okay, kannst du das bitte näher erläutern? Weil ich würde jetzt sagen, okay, es braucht einen Kalorieüberschuss, es braucht ausreichend oder zielführend genügend Albeise, Kohlenate, Fette. Wie kann in einem Fastenstadium Muskeln aufgebaut werden? Indem man Fasten als Zeit sieht quasi, also wenn man Fasten als Zeit nimmt und die Pausen quasi mit reinnimmt, aber trotzdem in der Zeit, in der man isst, genau diese Nährstoffe nachher, genau. Das heißt, Überkalorien, genug Kalorien zu sich führen, genug Kohlenhydrate, genug Fette, genug Eiweiße, genug Mikros, Mikronährstoffe mit nachfüllen. Das ist alles quasi in dem Zeitraum dann möglich, was auch eher ins natürliche Verhalten auch kommt, wo wir... Nicht sagen, wir kommen in ein Hungergefühl, aber wir kommen ins Gefühl rein, ich will wieder was. Der Körper gibt ihnen das Gefühl, ich will jetzt wieder Nahrung zu mir nehmen, ich brauche das. Was auch sehr wichtig ist zu erzeugen, dieses Körpergefühl. Brauche ich jetzt gerade wirklich was, will ich was oder brauche ich es nicht? Und dann sollte man dem Körper da auch noch die Zeit lassen, das zu nehmen. Dieser Einbauprozess, dieser Einbauprozess, wie baue ich Muskeln auf, wann im Schlaf, in der Ruhephase, da fängt ja dieser ganze Prozess überhaupt auch erst statt. Deswegen kann das auch sehr, sehr hilfreich sein. Worauf ich hinaus wollte, ist nicht, dass jetzt der eine oder andere jetzt versteht, okay, ich mache jetzt einen Heilfasten von sieben Tagen, ich esse gar nichts, trinke Wasser mit Zitrone und baue Muskeln auf. Also die Rede ist ja hier in dem Falle vom intermittierenden Fasten. Korrekt, genau. Dass du in bestimmte Zeitfenster eine Nahrungsaufnahme verminderst, aber dennoch auf deine zielführenden Kalorien und alles, was da dran hängt im Ernährungsbereich, mit abdeckst. Genau. Und vor allem hast du jetzt auch gerade das angesprochen, wie sehr baue ich die Regeneration für mein Hauptziel ein, für die Muskelmasse aufzubauen. Das heißt, Priorität eins ist ja in dem Fall gar nicht die Regeneration, sondern Priorität eins ist ja Muskelaufbau oder inzwischen sehr. Das heißt, der Hauptfokus liegt ja darauf, und wie gestalte ich alles andere drumherum. Und da kann man mit diesen Zeiten sehr, sehr gut arbeiten. Genau, das ist das intermittierende Fasten, was ich da meine. Woran merkst du persönlich, dass deine Regeneration nicht on point ist? Bitte hier nicht, müsst ihr verstehen, das muss nicht immer on point sein, aber wenn ich ein Ziel habe, versuche ich natürlich mein Bestmögliches, auch das Ziel zu erreichen. Woran merkst du oder bei deinen Klienten, dass die Regeneration nicht hundertprozentig passt? Rein plagativ jetzt mal wirklich ausgedrückt und rein nur aufs Körpergefühl subjektiv, ist eine meiner ersten Fragen, wie würdest du deinen Akku beschreiben, wie bei einem Handy? Und da geht es dann erfahrungsgemäß auch so weit, dass ich sage, wenn man regelmäßig unter 70 Prozent ist, was mit der Regeneration nicht stimmt. Also die reine subjektive Wahrnehmung, das reine Gefühl. Und da komme ich dann meistens auch wirklich, wenn man sich jetzt selber mal die Frage stellt, wie ist mein Akku gerade? Da kommen manchmal wirklich, die Leute fangen schon direkt in sich rein zu sinken und sagen so, oh, da stimmt was nicht. Denen fehlt andauernd diese Energiebereitstellung überhaupt. Und da würde ich dann als erstes schon dran denken. Das ist für mich schon so eine Frage, die so ein Signal gibt. Danach gibt es dann weiter diagnostischere Sachen natürlich. Man kann natürlich über Puls, wenn dann irgendwann Richtung Smartwatches geht, man kann sagen, wie ist der Schlaf, kann daran dann messen, wie ist meine REM-Phase etc. Da geht es dann wirklich in Detailarbeit. Aber meine erste Frage ist, wie ist dein Akku? Und auch dauerhaft. Also vielleicht direkt auf einer Skala 0 bis 10 kannst du dir für dich, wenn du gerade zuhörst, selbst die Frage beantworten, auf einer Skala 0 bis 10, wie hoch ist gerade dein Akku? Oder wie voll ist dein Akku? Ist der auf 10 oder ist der irgendwo bei 1? Und welche Dinge haben einen Einfluss, dass dein Akku nicht voller ist? Und vielleicht, woran würdest du erkennen, dass du mehr Power hättest? Bist du auf einer 5, wo ist der Unterschied zwischen einer 6 oder einer 4? Genau. Du hast gerade die Dinge angesprochen, zum Beispiel Puls, Smartwatch, REM-Phase. Was sind das für Dinge, was kann ich messen? Weil gerade die Smartwatches oder Gadgets, die sind natürlich wertvolle Tools, die man entsprechend nutzen kann. Welche Daten würdest du für die Regeneration herbeiziehen? Sie ist definiert auch. Also wir reden da über klare Definitionen und da reden wir über den Puls. Ja, da reden wir über den Puls. Das heißt, du hast da eine Leistung, egal ob es jetzt eine Ausdauerleistung ist oder eine Kraftleistung, dein Puls geht hoch, dein Körper aktiviert sich und bringt das Blut dahin, wo es genötigt wird. Die Pumpe ist am Laufen. Wenn du danach mit der Leistung fertig bist und du kommst nicht schnell in den unteren regenerativen Bereich rein, das heißt, du kommst nicht in diese Ruhephase rein, dann ist wirklich was akut mit der Regeneration, stimmt nicht. Ob das dann wirklich lokal am Muskel liegt, ob das dann global am Gefäßsystem oder an der Nutrition liegt, geht es dann auch nochmal spezifischer. Man muss dann wirklich das Ganze immer weiter runterbrechen. Aber der signifikante Wert ist definitiv, wie schnell kommt mein Puls wieder in den Ruhepulsbereich. Also da reden wir genau in dem Bereich. Das ist sehr, sehr wichtig für die Regeneration. Das ist der Steady-State-Zustand, der Ruhezustand, wo der Körper quasi regeneriert, Sachen nachfüllt, aufbaut, Ruhe reinbringt. Auch vom Nervensystem, du bist wieder ruhig. Regenerativ bedeutet entspannt und frei zu sein, so ein bisschen vom Gefühl her auch. Jetzt hast du gesagt, das Thema Ruhe. Ich glaube, manche assoziieren mit Regeneration nichts tun. Also Schüli-Vanilli auf der Couch und warten, bis mein Körper regeneriert ist. Welche Möglichkeiten... Wird auch so verstehen wir auch teilweise. Ja, also manchmal, vielleicht situativ, macht das auch mal Sinn. Gerade wenn jemand sagt, okay, du bist on fire, hast du die Möglichkeit, dir mal fünf Minuten im Powernap rauszunehmen. Was sind denn für dich regenerative Maßnahmen, die ich tun kann, um meine Regeneration zu verbessern? Du hast gerade mit einer meiner Lieblingssachen aufgezählt, ist der Powernap, den ich seit 12, 14 Jahren selber praktiziere. Mich damals sogar auch an diese Nikola Tesla, Cristiano Ronaldo Schlafmethoden mal herangetraut habe für ein Jahr lang, was sehr, sehr heftig war. Das bedeutet kurz umgeschrieben, also vier Stunden oder vier Stunden, manchmal auch nur zwei Stunden schlafen und dann alle zwei bis vier Stunden, 20 Minuten Powernaps mit einbauen. Was eine bestimmte Gehirnwellenaktivität erzeugen soll, die Alpha-Wellen. Man soll kreativer werden und es war dann in der Zeit, als ich mein Unternehmen gegründet habe und das Studio, habe ich das versucht mit einzubauen. Es war sehr heftig, ich habe Gewicht verloren, aber war wirklich sehr, sehr high aktiv. Aber das ist ein anderes Thema. Aber Powernaps, so jetzt zwischen einbauen, gesunder Schlaf, nach dem Essen, ich glaube auch gerade Studien rausgekommen zum Testosteronwert oder zur Regeneration, wenn man nach einem, so wie die mediterrane Kultur das auch immer macht, eigentlich wirklich nach dem Essen so einen kleinen Nepp hintendran, hat glaube ich eine sehr, sehr starke Wirkung, so wie gerade die Studien. Ich habe es hier nicht ganz im Kopf, aber da haben sie es doch auch gezeigt, wie der Testosteronwert selbst hochgeht, nach so einem Nepp auch, was ich sehr, sehr bemerkenswert finde. Also einmal das Thema Powernaps, so Ruhephasen, Schlafen. Wie lang sollte so ein Powernap dann sein oder wie lange machst du die? Gibt es verschiedene Sachen. Bei mir funktioniert es wirklich mittlerweile ohne Wecker. Ich schlafe innerhalb von einer Minute ein und wache meistens. Früher habe ich so 25 Stunden gebraucht. Mittlerweile stehe ich nach 17 Minuten ungefähr so von alleine auf. Das ist so mein Mittelwert. Gibt es natürlich Methoden auch zu trainieren. Das ist dann, was wir sagen, Skills. Bau dir deine eigenen regenerativen Skills auf. Jeder soll sein eigenes Skillsetter haben, weil es ja auch deine eigene Regeneration ist. Und du jetzt hast eine andere Regeneration als ich, weil du einen anderen Reiz auch hattest oder auch eine andere Reizkette schon vorher hattest. Das heißt, die Regeneration ist auch immer individuell, ob es im Moment oder langfristig ist. Deswegen, manche brauchen 25 Minuten Schlaf, manche 17 Minuten. Und manche trainieren das dann auch und dadurch wird es dann weniger. Kann man noch kombinieren mit Meditation oder Atemtechniken, um eventuell nochmal das Ganze... Gibt es eine Atemtechnik, die du bevorzugst für deine Regeneration? Für zur direkten Regeneration, ja. Da geht es um das Parasympathische. Also die Regeneration fing dem Parasympathikus an. Das heißt, die Ausatmung soll länger sein als die Einatmung. Das ist die Technik, da kann man mit vier Sekunden einatmen, acht Sekunden ausatmen anfangen, vielleicht mit zwei Sekunden Haltephasen einbauen. Aber das ist die regenerative Phase. Es gibt so viele Sachen, die wir mit der Atmung ansteuern können. Ich habe mir jetzt das Apnoe-Tauchen angeeignet auf meinen Reisen, wo es nochmal in ganz andere Atemtechniken geht, wo du ein ganz anderes Gefühl bekommst. Aber diese Regenerative ist klar definiert. Verlängerte Ausatmung und da auch in die Ruhe reingehen. Das kann man mit Neuroathletik verbinden, indem man einen Wide Vision-Blick benutzt. Wir regenerieren, wenn wir einen weiten Blick bekommen, den Blick in die Ferne schleifen lassen. Dann die verlängerten Ausatmzüge. Augen schließen kann bei manchen auch funktionieren. Bestes Beispiel im Profisport, Steph Curry, Profibasketballer in den USA, der seinen Puls von 140 in der Timeout auf 90 runterbekommt. Bei dem geht es darum, weil sein Shot ist sein Skill. Das heißt, er will komplett runterregenerieren. Bei mir im Coaching gerade, Michael Trebis, schöne Grüße auch, Fechter, der jetzt gerade bei den Deutschen Meisterschaften den dritten Platz belegt hat, der sehr, sehr gut dabei ist. Bei dem haben wir auch sehr viel Wert in den kurzen Fechtpausen auf die regenerative Atmung gelegt. Das heißt, seinen Puls so schnell wie möglich runterzubekommen, desto ruhiger sein Puls ist, desto klarer sind seine Entscheidungen im Gefecht. Und das funktioniert mit einer verlangsamten Ausatmung, wo man manchmal irgendwann auch auf 20 Sekunden Ausatmung kommen kann. So eine ganz langsame, gleitende Ausatmung. Also das ist jetzt keine, manche kennen vielleicht von Atemtechniken Wim Hof und ähnliches. Das sind eher aktivierende Atemtechniken, Wechselatmung oder zum Beispiel Boxbriefing oder verlängerte Ausatmung. Supergeil, ja. Die bringen uns runter. Jetzt haben wir einmal das Thema Atem und wir haben auch schon das Thema Power Naps. Was sind weitere Skills, die wir uns vielleicht aneignen können, um unsere Regeneration zu unterstützen? Weil ich eben schon die Körperwahrnehmung angesprochen habe, gehört für mich ein Mobility Training sehr, sehr, sehr stark rein. Das ist meine Lösung, die erste Lösung, die ich bekommen habe für meinen Knorpelschaden in beiden Knien. Dass ich diese endgeradige Längsbeweglichkeit in einem freien Zustand habe. Das heißt, ich gehe, ich weiß nicht, ob ihr die Übung kennt, eine Nordic Hamstring Reverse. Die kann ich aktiv bis zum Boden ausführen und lege mich auf den Boden ab und komme wieder selber hoch. Das war einer meiner regenerativen Übungen. Das heißt, es gibt auch für bestimmte Sachen regenerative Übungen. Und da nehme ich regenerative Übungen als Überbegriff wirklich die Mobility, dass die Kraft im Körper in der kompletten Kette verteilt wird. Und wir auch den ganzen Körper quasi trainieren und nicht nur das Gelenk oder den einen Muskel, sondern versuchen, Ketten zu aktivieren. Unterstützer, Helfer zu haben für die Bewegung. Das ist nicht nur, das ist was sehr, 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 sehr Schönes. Regenerative Übungen, die baue ich auch mal mit ein. Die ist quasi in jedem Coaching mit drin. Das ist sehr, sehr wichtig. Die Übungen, die verlinke ich euch dann in die Shownotes bzw. auf der Homepage. Die habt ihr dann quasi mit dort drin. Das Thema Mobility, ganz kurz vielleicht als Übersetzung, ist die aktive Beweglichkeit. Da gibt es inzwischen tausend und ein verschiedene Herangehensweisen. Loaded Mobility oder mit Bändern, aber auch nur mit dem Körpergewicht. Auch Yoga-Asanas zählen mit rein als Mobility-Übungen. Animal Flows. Animal Flows, genau. Das ist ein sehr weit gedehnter Begriff inzwischen. Das Thema Bewegung spielt also für die Regeneration dennoch eine Rolle. Da bin wir bei Chili Vanilli auf der Couch. Das heißt, ich kann mich schon, um meine Regeneration zu verbessern, bewegen. Es ist die Mechanik dahinter. Es ist die Mechanik dahinter. Also wenn der Körper, wir stehen sehr viel aus Wasser. Wenn man jetzt Wasser irgendwo nur stehen lässt, fängt es irgendwann an zu stinken. Wasser soll Bewegung reinkommen. Also dieses reine nur auf der Couch liegen. Wenn es dir gut tut in dem Moment. Das Couch liegen tut dir gut. Und du weißt es, dann ist es wirklich meistens ein Nervensystem erstmal, was entspannt. Überhaupt einfach mal Ruhe in sich zu kehren. Aber es sollte keine Überhand nehmen. Es ist absolut erlaubt, auf die Couch liegen ist absolut mal was richtig, richtig Schönes. Aber wenn da Regeneration nötig ist, gibt es wirklich Methoden, um das Ganze auch in Gang zu setzen. Und das ist Bewegung. Kann auch ein Spaziergang an der frischen Luft sein zum Beispiel. Kann ein Spaziergang an der frischen Luft sein. Das ist super schön, ja. Okay, wir haben Atmung. Wir haben Powernaps oder das Thema Schlaf. Nee, Schlaf haben wir noch gar nicht. Inwiefern spielt der Schlaf, du hast die REM-Phasen vorhin erwähnt, der Schlaf in der Regeneration eine Rolle? Ja, es ist ein bisschen schwierig jetzt von dem, weil ich da jetzt auch meinen Reisen in sehr spirituelle Ebenen, auch in Ägypten, war ich drei Monate jetzt in Ägypten, habe da auch Schlaf, die sehr, sehr tief verbunden mit Schlaf sind in der spirituellen Ebene. Wie wird Schlaf gesehen? Und auch im chinesischen, indischen Raum wird Schlaf übergeordnet, auch von großen Gurus quasi als die unkontrollierte Meditation gesehen. Ja, in Meditation, da geht es jetzt, kann man in spirituelle mal mit reingehen, so ein kleiner, kleiner Rauswink, ja, wenn wir uns jetzt meditieren und zur Ruhe bringen, geht es darum, bei Meditieren sich quasi zu öffnen und seinen Körper so in den Alignment reinzubringen, dass alles funktioniert. Und am besten Alignment mit ins Universum, mit in deine Umwelt hinein. Darum geht es bei der Meditation. Und beim Schlaf ist es das Gleiche, nur dass es unkontrolliert ist. Wir bringen Ruhe in den Körper. Deine Atmung verlangsamt sich automatisch. Du legst dich hin, du gibst ab. Du lässt los quasi, ja. Die Kontrolle geht nach. Dann fängt das Unterbewusstsein anzuwirken. Im Unterbewusstsein werden dann Sachen verarbeitet. Das geht jetzt ziemlich dann auch wissenschaftlich bei uns in diese ganze Neuroschiene mit rein. Was macht überhaupt dein Gehirn gerade? Wird dein Kleinhirn aktiv? Wird dein Frontallappen aktiv? Werden Emotionen hochkommen? Da ist dann das ganze Feld relativ weit. Aber der Schlaf ist extrem wichtig. Ich glaube, jeder, der mal einen richtig schönen, guten Schlaf hatte und morgens aufgestanden ist und sich gestreckt hat, hat gesagt, wow, geil, kennt das, was ich meine. Und jeder weiß, wenn man morgens aufgestanden ist nach dem Schlaf und man fühlt sich gar nicht gut, dann war es kein guter Schlaf. Ich glaube, da erkennt jeder das Gefühl. Ja, also wie gesagt, manche nutzen ja auch große Gadgets, die dann den Schlaf aufzeichnen anhand der Herzratenvariabilität, eine Parasympathikus-Sympathikus-Aktivität. Und lasst euch da vielleicht nicht verunsichern, wenn auf einem bestimmten Score dann da steht, du hast schlecht geschlafen und du fühlst dich aber total energiegeladen. Habe ich inzwischen auch schon einige kennengelernt, die sich dann verunsichert fühlen. Oh, jetzt bin ich ja doch nicht so leistungsfähig, dann lasse ich das Training heute mal weg. Wir haben ein Körpergefühl, das wir auch wiedererkennen und nutzen können. Carsten, das hast du sehr geil angesprochen. Das hast du wirklich sehr, sehr geil angesprochen. Ich habe mich da selbst viele Jahre ertappt, so in der Biohacking-Szene habe ich alles getrackt, das irgendwie zu tracken geht, bis mir das ganze Thema so ein bisschen ausgeufert ist. Und ja, aktuell habe ich kein Gadget mehr dran und höre auf meinen Körper. Es wird aber ja eine Phase sicherlich geben, wo ich ein Gadget trage, einfach um ein Trainingsziel zu verfolgen. Aber entschuldige euch, wollte ich nicht unterbrechen. Nein, 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 wirklich geil, wirklich geil. Ich freue mich auch, deine Erfahrung da zu hören, weil ich Coaching-Leute hatte, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, die auch mehr wieder weggehen von den Gadgets und wieder mehr aufs Körpergefühl hatten. Es ist ein Türöffner gewesen für die meisten, auch mal mit dem Thema sich zu beschäftigen. Und wir dann auch wieder in die Leistungsgesellschaft reinkommen, okay, ich performe jetzt auf allem optimalstem Level. Aber rauszufinden, dass dann manchmal das Gefühl, das Körpergefühl einen eigentlich besser voranbringt. Ich hatte den Fall mit einer Bestleistung in einem Kraft-3-Kampf, der eigentlich kompletter Schlaf, alles war verhunzt. Und an dem Tag hat er die maximalen Bestleistungen rausgeholt. Also der hat um ein paar Prozent seine maximale Bestleistung rausgeholt. Und nach Uhr, nach Watch war es ein katastrophaler Schlaf. Also er hatte genau das Erlebnis so. Das war dann auch lustig rauszufinden. Kann aber trotzdem mal gut sein, vor allem für so Langzeitdiagnostiken kann das sehr, sehr hilfreich sein. Also da würde ich sagen, ich verteufelte mich. Hinsichtlich, weil ich öfter Vorträge bei Schichtarbeitern halte, hilft es dennoch, ob es jetzt eine Uhr ist, oder es gibt da wirklich verschiedenste Herangehensweisen, auch den Schlaf zu tracken. Angenommen, du hast eine Atemstörung oder du schnarchst oder du hast Atemaussetzer, dann kann das zumindest die Uhr anzeigen und sagt, warte mal, deine Tiefschlafphase ist so gut wie nicht vorhanden, dann ist das vielleicht eine Einladung, mal zum Arzt zu gehen und zu sagen, hey, gibt es da vielleicht eine nasenschiefe Nasenscheidewand oder habe ich Polypen oder irgendwelche anderen Sachen, dass man das näher abklären lässt. Ja, genau. Und wirst du wahrscheinlich auch so schon deinen Erfolg damit gehabt haben und jemandem helfen können genauso, oder? Genau, also wenn die Uhr oder die Daten dann das aussprechen, die sind nie hundertprozentig valide, aber dann ist vielleicht der Gang ins Schlaflabor die Lösung und dann kriegst du eine Maske auf, auch wenn sie vielleicht unangenehm ist für den einen oder anderen, so eine Atemmaske, aber du schläfst erstmal tief, weil dein Körper sagt, hey, ich schicke dich mal in die Tiefschlafphase, weil wir ausreichend Sauerstoff haben. Ja, vor allem hilft es wirklich langfristig Muster zu erkennen und wenn Muster dahinter stecken, dann weiß man schon immer, okay, da kann was dran liegen. Immer wenn irgendwelche Bewegungsmuster, Verhaltensmuster in der Regeneration sind, die nicht stimmen, dann geht es darum, okay, da gibt es was, da können wir suchen, da können wir was finden. Ja, genau, was wollen wir was ändern können, sehr, sehr gut. Wir haben also die Skills Bewegung, hinsichtlich Mobility Training, Schlaf, Power Naps, wir haben Meditation hast du angeht, Atemtechniken. Was für Skills nutzt du oder deine Klientinnen und Klienten noch? Ich sag mal, die Basics haben wir jetzt wirklich schon, das sind die aller, aller wichtigsten Sachen. Ernährung spielt auch noch die Rolle, die wir angesprochen haben. Um es auch wieder plagativ wie möglich runterzubrechen, du bist als Mensch, bist du ein energetisches System. Was sind deine Energiequellen? Deine Energiequellen, wenn du immer wieder dieses Akku, wenn wir jetzt wieder sehen, wie ist mein Akku? Also, du verbrauchst Energie, die dein Akku runterfährt. Wo füllst du deinen Akku nach? Und das ist einmal unsere Hauptenergiequelle Sauerstoff. Du kannst, ist in meinem Coaching auch sehr, sehr schön angesprochen, ohne Wasser kannst du vier Tage überleben, ohne Nahrung kannst du vier Wochen überleben, ohne Atmung überlebst du keine fünf Minuten. Also Punkt Nummer eins, wirklich die Atmung, atemfreien Wege. Absolute Nummer eins Energiequelle. Sauerstoff ist sehr, sehr, sehr wichtig. Wenn die Zellen nicht genug Sauerstoff bekommen, werden sie krank. Dann entstehen wirklich Krankheiten oder chronische Sachen. Deswegen die Sauerstoffversorgung ist absolut Nummer eins und ist bei mir im Coaching auch die erste Sache, die angesprochen wird. Wo ein Skillset erarbeitet wird, welche Atemtechnik passt jetzt wirklich für dich am besten? Auch diese aktivierenden Atemübungen können im Endeffekt langfristig regenerativ sein, weil mal überhaupt eine Sauerstoffsättigung reinkommt. Und wenn man es im Langterm, wenn man es im komplexen Modus sieht. Also Atemtechnik. Und als zweites die Ernährung. Also das sind die beiden Hauptfaktoren. Ich verbrauche Energie, wie fülle ich meine Energie nach? Wie dann die Energieoptimierungsprozesse im Körper sind, ist dann die Bewegung, die Mechanik, die Sensoring, das ist Meditation, wie nehme ich mich überhaupt wahr? Und wann wird es eingebaut? Im Schlaf. Das ist eigentlich schon so im groben Proben alles hin. Jetzt kann man natürlich auch mit exogenen Energiequellen arbeiten. Sag ich jetzt mal, eine Muskelverletzung mit einem Laser arbeiten. Schlechte Nasenatmung. Kann ich Zellen mit einem Laser von innen? Das war beim Corona ganz großes Stichwort, wo wir den Leuten geholfen haben, wieder Geruchssinn zurückzubekommen schneller, indem wir mit Laser gearbeitet haben, damit die Zellen sich in der Nasenschleimhaut schneller regenerieren kann. Mit solchen Sachen kann man exogen arbeiten. Ein Freund von mir benutzt gerade so einen Biocharger. Es gibt so Sachen, da gibt es anscheinend noch ganz viele Hilfsmittel, die machen sind. Die kann man natürlich auch nutzen. Da ist, wie du es schon auch bei anderen Sachen sagst, da ist die Welt, glaube ich, riesengroß. Nutzt du irgendwas Passives zur Regeneration? Ich habe eine ganze Zeit lang Infrarotlicht. Also das Infrarotpanel liegt auch da hinten auf der Couch. Für unseren Hund ist das eine super Treppenstufe, um aus dem Fenster zu gucken. Dann habe ich eine Zeit lang den Faceformer genutzt. Das ist quasi, um deine Atmung, dazu gibt es auch eine Podcast-Folge, um deine Atmung zu verbessern, von Maustapes, die ich eine Zeit lang genutzt habe, einfach um die Nasenatmung zu forcieren. Hast du gemerkt, dass es dir geholfen hat auch? Auch nochmal dabei? Ja, also ich habe tatsächlich scheinbar noch nie so wirklich durch den Mund hinsichtlich des Schlafes geatmet, weil ich da nicht so große Unterschiede gespürt habe. Aber gerade, wenn ich laufen gehe oder beim Sport, beim Radfahren eher primär, da achte ich schon mehr auf die Nasenatmung, was ja aber eher nichts mit der Regeneration zu tun hat. Genau. Und wenn du da das Thema ansprichst, da werde ich jetzt in Zukunft auch das mehr benutzen, weil es jetzt in Ägypten, eine meiner Sachen ist, wenn ich jetzt reise, will ich mich auch immer mit diesen Heilmethoden aus den Ländern auseinandersetzen. Ich suche mir, ich suche dann über Kontakte oder manchmal habe ich jetzt, das war Zufall, habe ich dann einen Heiler gefunden, direkt an den Pyramiden in Ägypten und habe mich dann bei dem somit aufgehalten und habe dann dem seine Methoden, wie der den Leuten hilft, versucht zu verstehen und mit reinzunehmen. Immer aus meiner Sichtweise, aber sehr, sehr weltoffen. Und der arbeitet mit Ölen. Er arbeitet mit Ölen, kaltgepressten Ölen. Die ist schon seit Jahrtausenden von Jahren auch in der ägyptischen Medizin sogar auf den Hieroglyphen mit drauf gemacht, wie die Pharaone und die Götter die Öle benutzen, um quasi auch ins Gehirn, um ins Nervensystem ranzubekommen. Selber bin ich da tief eingetaucht, benutze ich jetzt selber für meine Meditation oder andere Öle. Und da funktioniert es zum Beispiel für nachts, wenn man jetzt so eine verstopfte Nase hat, mit so einem Eukalyptus- oder Münzöl kann man da sehr, sehr viel erreichen. Also da gibt es auch wirklich schöne Sachen aus der Natur, die helfen, um das noch zu verbessern. Sogar Schnarchen aufgeben. Also man kann Schnarchen wegbekommen. Man kann Schnarchen easy wegbekommen. Also auch hier im europäischen Raum, sei es jetzt, ich habe mich viel mit Kräutern eine Zeit lang beschäftigt, sei es jetzt Lavendelsäckchen, basteln einen Teebeutel, Lavendel rein, den unter das Kopfkissen und die ätherischen Öle wirken beruhigend. Das ist jetzt nicht der Game-Schein, dass du die Augen zumachst und die Gedanken sind abgeschalten. Das ist dann auch ein anderes Thema. Aber es wirkt beruhigend. Der erste Gehirnnerv ist der Nervus olfaktorius. Aus der evolutionären Entwicklung unser erster Geruchssinn, unser erster Sinn, der aufs Nervensystem und auf den Hirnstamm wirkt, ist unser Geruchssinn. Jeder kennt es. Einen wohltuenden Geruch in der Vergangenheit. Die Verbindung mit der Geruchssinn ist verbunden mit unserem Frontalab, mit unserem Gehirn, mit unserem Gehör. Die Verbundenheit, dieses Wohlfühlen kommt sehr, sehr über den Geruchssinn. Wenn man einen Liebespartner hat, egal wie, unser Geruchssinn ist sehr, sehr, sehr prägnant, was dann auch die Regeneration und unser Runterfahren vom Nervensystem bringt. Deswegen. Geil. Lavendel ist überragend. Lavendel ist überragend. Kann ich jedem empfehlen, sich einfach nur mal zwei Wochen lang jeden Abend Lavendel zum Reinatmen. Was das für eine Wirkung hat, ist einfach hammer. Genau. Also ihr hört schon raus, dass es viele Möglichkeiten gibt, die Regeneration zu unterstützen. Ich glaube, manche suchen immer diese, wie in anderen Lebensbereichen, auch diese Wunderpille. Das muss jetzt direkt die Herzratenvariabilität verändern oder das muss mein Schlaf direkt von 0 auf 100 verbessern. Es sind viele kleine Schritte. Du hast vorhin auch gesagt, du hast Skillsets. Jeder baut sein eigenes Skillset zusammen, um seine Regeneration zu verbessern oder zu optimieren. Genau. Auf Makro bis in Mikroebene. Also es geht wirklich in alle Richtungen. Es fängt bei deinem Immunsystem an. Dein Immunsystem, da empfehle ich immer auch aus Deutschland die Immunsignatur vom Dr. Gerrit Kieferstein, der das ein sehr, sehr geniales System quasi entwickelt hat, auch um rauszufinden, wie dein Skillset, wie dein Immunsystem überhaupt reagiert und wie du das auch verbessern kannst. Sehr, sehr genial. Das heißt, auf kleinster Ebene, du hast einen Reiz, dieser Reiz würde dich jetzt krank machen oder gefällt dir nicht. Das heißt, dein Körper gibt eine Immunreaktion und jeder kennt, dass wenn er mit irgendwo Leuten unterwegs ist, der einem gefällt das nicht, dem anderen gefällt das nicht. Das heißt, jeder hat seine eigene erste Abwehrreaktion schon und gibt daraufhin natürlich auch seine eigene Antwort. Und so sehr geht es auch darum raus, dass jeder das für sich selber optimiert. Klar können wir von anderen lernen, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Wir lernen voneinander, wir arbeiten zusammen, wir gehören zusammen. Aber für sich selber sein eigenes Skillset zu entwickeln, vor allem, wenn man es nötig hat, wenn man, sag mal, du hast jetzt eine Krankheit, du hast irgendwas, wo du nicht rauskommst, wo dir die Lösung fehlt. Daraus dein eigenes Set zu entwickeln, ist das Allerwichtigste, sein eigenes Skillset zu entwickeln aus verschiedenen Sachen. Am Anfang kann dir vielleicht Meditation überhaupt nichts bringen. Sagst du, boah, Meditation, ich kann es gar nicht, ich komme es gerade gar nicht. Und dann gehst du in ein aktives Training, Mobility-Training und kommst auf einmal raus und fühlst dich super energetisiert und bist dann auf einmal offen für Mobility. Wo ist überhaupt mein Einstieg? Wo entwickle ich mich hin? Das ist jedem selber, jedem selber überlassen. Und gilt es auch rauszufinden. Ich glaube, das ist das Spannende und das Schöne auch an dem ganzen Prozess. Vielleicht da als, ich wohne ja in Leipzig und wir haben hier um die Ecke bei uns ein Meditationszentrum, neuer Buddhismus, ein moderner Buddhismus. Da bekehrte ich keiner oder so was, aber die bieten halt wöchentlich Meditationssessions an, geführte. Und ich hatte zum Beispiel recht schwierigen Zugang dazu, auch mit höheren Seven Mind und Headspace und das Co. da dachte ich immer, boah, sitzt hier mit Kopfhörern, hörst dir das an? Und da bin ich in die Gruppe gegangen. Hast du dein Bänkchen gehabt? Hast dich hingesetzt? Und der Markus, der war auch hier mal im Podcast zum Thema Meditation, der hat das so gut erklärt und dann einen reingeführt mit verschiedenen Meditationstechniken, wo mich das viel besser abgeholt hat. Also was ich damit sagen möchte ist, vielleicht hilft dir ein Kurs an der Volkshochschule oder Headspace, was auch für Kopfhörer oder vielleicht eine Gruppe, die in deiner Stadt irgendwo schon besteht, mit der du dich zusammen machen kannst. Genau. Sehr, sehr schön. Und da hast du es auch beschrieben. Da hat jeder seinen eigenen Zugang. Was tut mir gut? Was tut mir gut? Was ist für mich so der Türöffner? Ja. Was dann genau dazu führt? Was fest? Das ist dann das Wie und Wann. Aber das Was ist, das Meditation hilft. Hast du jetzt auch für dich rausgefunden wahrscheinlich, oder? Ja, bin aber ehrlich, ich meditiere nicht regelmäßig. Das ist, also für mich funktioniert sehr gut. Frische Luft, Bewegung, Winterbaden. Hier in Leipzig organisiere ich das Winterbaden oder Weiterbaden. Das praktiziere ich auch seit vier Jahren. Ich liebe es. Das ist genial, ja. Das heißt? Das ist fast wie eine Meditation. Das ist fast wie eine Meditation. Ja, wenn du im kalten Wasser stehst und dann die Wellen oder die Bäume hörst hier im Wald. Das ist schon, das ist so meine Art der Achtsamkeit, wenn du es so möchtest. Ja. Wir haben übrigens bei dem Eisbad mit dem haben angefangen, dann auch unsere Nerven, unser Nervensystem zu trainieren, weil du ja in diesen kleinen Zen-Modus kommst, wo du auf einmal alles mehr wahrnimmst. Dann auch versuchen, ich komme auch ein bisschen aus der Neuroathletik-Szene, was heißt ein bisschen, ich komme aus der Neuroathletik-Szene, bin auch Trainierer. Meine Athleten, früher hauptsächlich im Optimierungsbereich Neuroathletik, wie optimiere ich meinen Zustand der Wahrnehmung und wie reagiere ich da drauf. Und da haben wir dann auch beim Eisbaden in Irmland angefangen, unsere Augen zu trainieren, unsere Vision zu trainieren, mit Anfang, weit entfernte Sachen anzuvisieren oder wirklich, so wie du jetzt sagst, bestimmten Sachen zu lauschen unter dieser Stressreaktion, Wahnsinnserfolge für dein Nervensystem und für diese Ruhe, die da drauf kommt. Sehr, sehr genial. Vielleicht für die, die jetzt das erste Mal Neuroathletik hören, schaut da mal in den Podcast. Ich kann euch da auch einige Podcast-Folgen verlinken mit Gina Kappes, Luisa Walter, Erik Jochmann, Andreas Königs. Das sind alles Themen, wo wir über Neuroathletik, neuroathletische Herangehensweisen, Augen, Ohren, Gleichgewicht. Das sind noch einige mehr, die ich jetzt vergessen habe. Verlinke ich euch. Da habt ihr einen guten Einblick, was überhaupt neurozentriertes Training bedeutet mit Übungen und allen Lungen dran. Also ich muss sagen, ich kann jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe jetzt mit Surfen und Kitesurfen diesen Winter angefangen. War vorher immer Neuroathletik, Mobility, habe diese Sachen gemacht, habe ich meinen Yoga, Kampfsport und ich bin am Ende jetzt nach sechs Wochen zwei Meter Wellen geritten und bin beim Kiten nach vier Wochen sehr, sehr souverän jetzt auch unterwegs gewesen. Also ich habe jetzt die Samen, die ich mit meinem Neuroathletik-Training hatte und meinem Gleichgewichtstraining, das konnte ich mir jetzt abholen. Jetzt habe ich meinen Reward gehabt und habe gedacht, okay, wofür mache ich das eigentlich so immer? Ich wollte es optimieren. Das ist immer ein geiles Gefühl, aber wofür mache ich es? Und jetzt beim Surfen und beim Kitesurfen, wo du genau das brauchst, wo du beim Surfen in Sekunden, Millisekunden, reagieren musst, wie stehe ich auf der Welle, wie reagiere ich, wie reagiere ich zu meinem Umfeld? Dieses Wenn-Sein, jeder Reiz, der auf mich gerade reinkommt und ich gehe optimal darauf zu, habe ich jetzt ernten können. Also ein eurozentriertes Training hat jetzt seine Früchte, ich habe jetzt meine Früchte geerntet. Und auch hier, es ist keine Stunde, wo ihr irgendwelche Augendrills macht oder irgendwelche Gleichgewichtsübungen. Ich hatte heute Morgen, also heute ist Freitag, haben wir früh am Fluss eine kleine Atem-Session, machen wir quasi Wim Hof und dann geht es ins Wasser und da kam ich an und da stand eine am Wasser, eine Teilnehmerin, machte gerade Augendrills. Und sie sagt, ah, hier, Neuro-Auto-Augendrills. Da hat er gesagt, ja, sie war beim Erik, hatte über einen Podcast von mir den Kontakt hergestellt in Leipzig, der kommt auch aus Leipzig und dachte ich, sie hat einfach nur zwei Minuten Augendrills am Fluss im Wald gemacht und sagt, hey, tut ihr super gut. Also auch da, das sind keine riesen Dinge, die wir jetzt hier aufbauen, sondern kleine Tools, die wir auch im Alltag nutzen. Genau. Ja. Supergeil für, ich habe das mit meinen, diese Neuro-Authentik-Sachen genutzt, gerade, weil wir jetzt über Neuro sprechen. Die Leute, die jetzt auch quasi zusitzen, zuhören und hier sitzen, sitzen am Laptop. Wir haben sehr, sehr viel Augenbewegungen, dauerhafte Augenbewegungen, dauerhafter Input. Mit den Leuten in den Surf-Communities sind viele remote arbeitende Leute, dann habe ich die immer auch abends, dann haben wir Kurse gemacht und haben dann abends oder zwischendurch diese kleinen neuroathletischen Sachen gemacht, wo wir Symmetrien erreicht haben und die auf jeden Fall sofort entscheidungsfreudiger waren. Die waren vorhin in ihren Loops, haben nicht richtig gearbeitet und nur mit diesen kleinen Tools konnten sie Sachen vielleicht verarbeiten in zehn Minuten, wo sie vielleicht zwei Stunden gebraucht hätten und hatten dadurch mehr Zeit auch von ihrem Alltag. Also da geht es dann, ist zwar wieder der Optimierungsgedanke, aber es geht einfach darum, da zu sein und in deinem Nervensystem den Input und den Output immer wieder richtig zu regulieren. Ich stehe auf meiner Schakti-Matte. Deshalb, weil du das Video siehst und ich wackele hier ständig durch die Gegend, das liegt daran, wenn ich mal von einem Bein zum anderen hier hüpfe. Wir haben also jetzt einige Skills und einige Techniken teilweise auch im Detail besprochen. Ernährung würde jetzt ein Riesenfeld aufmachen. Vielleicht machen wir dazu mal eine Extra-Folge. Michael, nur zum Regeneration und Ernährung. Wenn jetzt aber jemand zuhört, ich stelle eine Frage vorweg. Gerade das Thema Podcast digital, du hast gesagt, du bist auch remote unterwegs. Der Podcast kann in 200 Jahren noch angehört werden. Uns wird es eventuell dann nicht mehr geben. Das bedeutet, welches Schulfach würdest du gern den nächsten Generationen zur Verfügung stellen? Es geht nicht um den Namen des Schulfachs, sondern welche Dinge würdest du gern den nächsten Generationen, den Kiddies von heute, vermitteln? Das ist so eine geniale Frage, die wurde mir auch noch nie gestellt. Geil, danke. Weil die Frage ja auch immer wieder auftaucht, die andere Frage in die andere Richtung gestellt wird. Warum ist das, was uns ausmacht, Körper und Gesundheit, warum wird uns das in der Schule nicht beigebracht? Da muss man sich ja auch die Frage andersrum stellen. Warum ist das, was uns ein Leben lang begleitet, was uns ausmacht? Und die meisten Leute quasi sehr, sehr unerfahren und unwissend sind, was überhaupt den eigenen Körper angeht. Obwohl du dein Leben lang damit beschäftigen musst. Und ihn brauchst und damit verbunden bist. Was ich übrigens dann in Ägypten auch herausgefunden habe, die Menschen alle dieses Wissen hatten. Egal, ob du in welchem Bereich du gearbeitet hast, ob es ein Steinmetz gewesen oder sonst was, jeder hatte das Wissen über seinen Körper. Alle alten Überlieferungen. Das heißt, in jede gesellschaftliche Schiene, war dieses Wissen über sich selber vertreten. Was ich sehr, sehr geil finde an Hochkulturen, die sehr krasse Sachen gemacht haben, dass das eine Basic war, dass es mit dabei war. Und dann kommen wir zu dem Schulfach und im Schulfach wäre einfach wirklich Körper, sei es Anatomie, Physiologie, das würde ich schon, das würde so Anatomie, Physiologie, das wirklich, den Körper zu verstehen und zu wissen, wie er funktioniert, würde ich als Basic einbauen. Und schon auch in jungen Jahren. Und wenn man mit Kindern spricht und mit Kindern sieht, die wollen das auch wissen. Das interessiert. Ich glaube, nicht nur für Kinder, das interessiert ja jeder, der jetzt zuhört, der will ja mehr über sich selber erfahren. Das ist ja eine endlose Geschichte, sich selber besser kennenzulernen oder zu wissen, wie man auf Sachen reagiert, ist, glaube ich, in jedem von uns drin. Jetzt komme ich zur letzten Frage. Maik, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, du, ich möchte aus meiner Regeneration mehr rausholen. Die Dinge, die wir genannt haben, probieren sie schon oder schaffen es nicht, das in Routinen einzubauen oder es kommen Glaubenssätze auf, die sagen, hey, das schaffe ich nicht. Wenn ich jetzt mit dir zusammenarbeiten möchte, wo kann ich erstmal mehr über deine Arbeit erfahren und wie kann ich mit dir Kontakt aufnehmen? Genau, gerne über mein Instagram, über MikeMetzCoaching. Das ist so mein erster Weg jetzt ins Online. Ich habe mir ja quasi immer im Verborgenen gearbeitet oder habe auch meinen Kreis an Coaching-Leuten immer über Kontakte. Das heißt, die Leute sind immer auf mich zugekommen und jetzt habe ich mich durch das Reisen entschieden, dass ich mich öffne. Also, dass ich jetzt meine Tür quasi aufmache und sage, jeder, der mich auch nicht kennt, kann auch zu mir kommen und ich helfe Leuten, die nicht nur in meinem Umkreis sind. Aus diesem engeren Kern und das über MikeMetzCoaching, kann mir gerne über Instagram schreiben, die gerne Nachrichten schreiben, wenn ein Problem. Ich bin mir sicher, dass ich bei den meisten Sachen sehr gut helfen kann oder wenigstens Leute habe, die dann weiterhelfen können. Also, gerne auf mich zukommen. Gerne. Sehr, sehr, sehr gerne. Findet ihr alles in den Shownotes? Klickt euch da gerne rein, wenn ihr bei Mike auf Instagram unterwegs seid. Ihr kennt das, das ist kostenfreier Inhalt, dennoch mit Herz und Zeit kreiert. kreiert, deshalb liken, abonnieren, eine Frage stellen und euren Liebsten teilen, weil auch ich stehe für Gesundheit ist für alle da, bedeutet, teilt die Inhalte, weil so können wir die meisten oder noch mehr Menschen erreichen und denen etwas Gutes tun. So können wir Gesundheit noch mehr verbreiten. Wenn ich ein kleines Beispiel nennen darf, was gerade so war, es war über auch jemand, der quasi an mich empfohlen hat und der dann darauf mich zugestoßen ist, hat er gesagt, hey, ich habe was gefunden über Atemtechniken, über Regeneration und der hat einen Dauerpuls von 100 gehabt. Nach einer Woche hat er jetzt einen Dauerpuls von 75 und sollte eigentlich Medikamente nehmen, der muss keine Medikamente nehmen und hat einen Ruhepuls von 75 und ich glaube, wir kriegen den sogar noch weiter runter. Also da auch über quasi, es war der Onkel von jemandem, so dann quasi rangekommen. Also gerne eure Familienmitglieder, die sich vielleicht manchmal nicht so mit dem Thema Instagram oder mit der Welt so auskennen, gerne auch da gibt es Möglichkeiten, auch was zu machen. Ja. Und wenn ihr den Podcast, die Folge über Familienchat und was auch immer teilt, dass wir, dass noch mehr Leute Mike dann auch in dem Falle kennenlernen. Mike, ich danke dir vielmals für deine Zeit, auch für die vielen Inputs und Skills. Testet einen Skill, den wir jetzt erwähnt haben, vielleicht die nächsten sieben Tage aus und entscheide, tut es dir gut, dann behalte ihn bei, sagst du, hey, ist jetzt nicht so cool, dann darfst du ihn auch wieder sein lassen und dann probierst was anderes aus. Mike, vielen, vielen Dank. Gerne, der jeder gehört hat, macht eine Atemübung, macht fünf Minuten, nutzt direkt das. Weniger Sprechstunden, noch mehr Machstunden und ihr werdet es erleben. Geil. Mike, vielen lieben Dank für deine Zeit. Wir hören uns, den Kanal und Podcast gern bewerten, abonnieren, teilen und dann hören wir uns bald wieder. Mike, ganz liebe Grüße. Danke dir für deine Zeit. Wir sehen uns. Ciao. Ciao. Tschüss. Vielen Dank.